Jetzt ist es soweit, das ist seine aktuelle CD und zwar die Disco Boys Featuring RB, was so viel heißt wie Roberto Blanco, die aktuelle Hit-Single Born to be Alive. Ein, ja sagen wir ein House-Track, sowas sind wir eigentlich nicht gewohnt von Roberto Blanco. Sehr hausig, sehr diskig, ja wie man von uns sagt, disco-ich. Und er ist heute hier und spielt live für Sie, meine Damen und Herren, die Disco Boys Featuring RB, Roberto Blanco mit Born to be Alive. Die Disco Boys Featuring RB, Roberto Blanco. Wow, der Roberto. Ja, überrascht, oder? Hätte man nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, die Tür geht auf und kommt, hab ich so Spaß, muss sein. Na, aber kommt Roberto raus, ja. Ja, meine Damen und Herren, viele, die ihn kamten, sind bereits tot, aber jetzt ist er wieder da. Der Roberto Blanco mit den Disco Boys.